Es sind ja nicht allzu viele da drin. Ich meine, von den Stationen her, klar, wurden viele erwähnt. Aber ich bin dabei. Also du brauchst jetzt nicht schildern. Ich versuch das jetzt mal. Ja, ja, ja. Also es kommt nach der Ball in den Schalker-Hälften. Befreiung schlagen. Kurz vor Schülern. 89. Lehner im Ball vor dem Tor. Versuch das Ding wieder zurück zu spielen. Dann wird er an der Kirche vorbei. Er wird, kann das Ding aufnehmen. Marschiert Richtung Tor. Der Schalter. 89. Minute. Und bleibt sehr kurz vor der Torlinie steht. Und jubelt. Einfach mal so. Ja. Also es war ein Befreiungsschlag. Der Lehman wollte den Ball annehmen. Ja, er springt ihm zwei Meter zur Seite. Und ich war der Einzige, der noch hinten rausgelaufen ist. So. Und legte mir den Ball weit vor. Und dann ist er am hinten drin stehen geblieben. Ja. Und dann hab ich den ausgerissen auf der Torlinie. Und was hast du auf der Torlinie gemacht? Ja. Ich hab einen kurze Zeit verweilt. Das Stadion geben lassen. Ja, ja, ja. So, geht doch. So. Ja, Mann. Der eine der andere heute war schon keinmal so. Es war schon klasse, oder? Ja. 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 Ja.